So, wir verlassen jetzt diese Fjorde hier, die wunderschönen Fjorde und gehen zurück nach Kleitrifa. Gehen wir da in ein kleines Hotel und werden uns zuerst mal ganz toll duschen, was tolles essen und morgen geht es zurück zu Igalovic und das war dann unsere Reise. Jetzt werde ich mich hier rein gegeben, hoffentlich einfach. In dieser Holzkiste fahren wir zurück nach Kleitrifa. Es ist zwar ein bisschen unbequem und holprig, aber es übersteht es. Es ist zwar ein bisschen eine Spion, ich muss mich hier aber, ich kann mich hier noch an, ich brauche eine Spion. Es ist schön, ich muss mich über den Einflug der Bühne anziehen, aber es war eine Wurzelnung. Vielen Dank.